Alle sagen einfach kurz, wie sie angesprochen werden möchten, damit sich auch alle wohlfühlen. Du spinnst doch. Die Batterien sind wieder aufladbar. Du weißt aber schon, wie viele Kinder in Koboldminen arbeiten. Kobaltminen. Ich darf mich niemals Indianer verkleiden, aber eine Frau kann jetzt der Weihnachtsmann sein. Ist das nicht sexuelle Anleignung? Ich bin eine Weihnachtsfrau. Sie ist eine Weihnachtsperson. Ich bin eine Weihnachtsperson.